Es gab eine Demo, wo zwei Mandatare der Grünen, auch die stellvertretende Klubobfrau Ernst Zitschitsch und Periwan Astam war auch dabei, eine Demo abgehalten haben aufgrund der Vorfälle in Griechenland, wo ein Flüchtlingslager angezündet worden ist und abgebrannt ist. Und diese Demo fand auch statt vor der Bundesgeschäftsstelle der ÖVP. Das ist, glaube ich, zum zweiten Mal der Fall, dass ein Koalitionspartner gegen den eigenen Regierungspartner demonstriert. Und ich frage mich, wie lange das alles noch gut gehen soll. Wir merken auch, dass es bei den Corona-Maßnahmen erhebliche Unstimmigkeiten gibt zwischen ÖVP und den Grünen. Und ich habe immer gesagt, es ist nicht das Beste aus zwei Welten. Es wird ein Krieg der Welten, wo hier zwei Parteien in einer Koalition sind, die absolut nicht zusammenpassen.